Spanien In Spanien dort oben im Jahre 2003, dieser hängt im Besitz von Sabine Schumacher aus Raxe, Nasse und Westafrika. Gemessen, Stockmaß 161. Dieser Rappe, abstammt vom Lenador, aus der Habana vom Davidoso, Hermioso, bereits in Spanien, jetzt eingesetzt worden. . . Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir sehen, jetzt werden wir jetzt noch mal auf dem Schmidt-Ring beginnen. Der 36, Delicolino MC, vertreter Herr Pura, Rasa La Española. Ein 17, American Miniature Boss. Der Melon, der 30, Garmin, Sample Faced, Snowstorm. Der vertreter der neuen Classic Ponys. Das ist von Kurt Rasa, die 40, Jolly Gray. Wir machen jetzt ein bisschen auf den Schmidt-Ring. Wie eben gesehen, der 15, Magic Hole. Das ist von Katja, die gerade begrenzt sind. Veranstaltungen der 90-Messels fielen. Die 100-Messels fielen. Die 500-Messels fielen. Die 500-Messels fielen. Der 26, Vers 31. Der 25 ist eine kleine Schmerz-Num. Der 26, Vers 31. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Bahn kommt nun auf die 13. American Miniature Horse, Darwin, Santa Fe, Snowstorm. In Niederlande gezogen sind von Alexandra Herre Ludinger aus Bernstein. Befolgt vom deutschen Classic Pony, D14 Jolly Green, besitzt von Kurt Braschardin-Kinsbach. Nachrichten, die, ich will nicht nur den deutschen Tag, den ich mit der 14-Jagin-Kinfeuertze bin, den ich mit der 14-Jagin-Kinfeuertze bin, der hat die 14-Jagin-Kinfeuertze in die 15-Jagin-Kinfeuertze. In Gottes Kirchner ist es um die 14-Jagin-Kinfeuertze. Der hat sich in die 15-Jagin-Kinfeuertze. Aber diese 16-Jagin-Kinfeuertze minuten die 14-Jagin-Kinfeuertze. Ja, meine Damen und Herren, wir fangen direkt beim größten Hengst in diesem Ring an. Bei der Katalonne Nummer 36, Pellegrino, RFC, ein purer Rasa, ist von Joll, ein Spanier. Der Hengst ist begehört. Bitte hier bitte Aufstelle vornehmen. Ja, meine Damen und Herren, das ist einfach ein faszinierender Hengst. Und da kommt es auf die Farbe in keinster Weise an. Das ist vielleicht noch das Tüpfelchen dieses sehr harmonischen Hengstes. Ein Hengst mit ausgesprochen schöner Silhouette, richtigen High-Pferde-Points. Ein Hengst mit schöner, schönem Gebäude, guter Korrektheit. Schritt ist oftmals der Jungpunkt bei dieser Rasse. Haben Sie diesen Hengst im Schritt gesehen? Einfach beeindruckend. Ganz gelassen, enorm, taktsicher bei mittlerem Raumgriff, aber die Bewegung floss durch den Körper. Ähnliches gilt für Tafengalopp. Der Tag mit schöner Selbsthaltung, dargebracht, mit viel Tragfähigkeit im Rücken vorgetragen. Ein Hengst, der sicherlich für höhere Aufgaben wie geschaffen ist. Und hinzu kommt einfach diese Bergauf. Gesprungene Galoppade, stets im Gleichgewicht. Wenn er durch die Länge der Bahn gewechselt ist, sofort umgesprungen. Einfach ein fürchterlich begabter Hengst. Es hat uns einfach Freude gemacht, den Hengst anschauen zu dürfen. Und so mancher aus der Körkommission, der hat gerade gesagt, darauf würde ich gerne mal platzen. Und man kann es einem gar nicht verdenken. Also, Pellegrino, gekürt, prämiert, galahhaft, müssen wir wiedersehen. Applaus Also, Pellegrino, bei der Klingel der Musik, Frau Graf, müssen wir richtig laufen. Was das Zeug hält, wenn es gut geguckt wird, applausieren, ebenso was das Zeug hält. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 Applaus Meine Damen und Herren, und sonst noch geht's weiter. Hier, Pura Maza, Español. Ein Fisk, der unseren heutigen Tag regelrecht begeisterte. Begeisterte diese geschmeidige Bewegungsart, den Schritt, den Trapp, die Galoppade immer hoch, rausgesprungen. Und dann auch dieses Liebdrecher dieses Hengstes erspart Gelassenheit, gefragt mit Selbstbewusstsein aus. Ein Hengst, der immer kooperiert mit seinem Vorführer. Ein Hengst, der einfach überzeugt. Und das in jedem Merkmal. Auch hier, Herr Sabine, schön gut, stolz sein. Toller Hengst, der Rasse Pura Maza, Español aus Spanien. So, hier ist Pellegrino. Pura Maza, Español. Auf geht's. Applaus Vielen Dank.